Im Nahen Osten befindet sich eine Stadt, überaus geliebt und lang ersehnt. Für viele war sie der Mittelpunkt der Erde. Jerusalem Auf den Spuren Jesu ist eine Serie von 14 Folgen, um das Leben des Messias und die Ereignisse, die mit seinem Tod verbunden sind, besser zu verstehen. Heute folgen wir den Schritten Jesu auf seinem letzten Weg bis zu dem Moment seiner Auferstehung. Nach seiner Auferstehung wurde Jesus laut den biblischen Berichten an verschiedenen Orten gesehen. Er erschien zuerst den Frauen am Grab am Tag der Auferstehung. Er zeigte sich noch am selben Tag in Jerusalem, ebenso auf dem Weg nach Emmaus. Der Auferstandene bat seine Jünger, nach Galiläa zu gehen, wo er ihnen ebenfalls erschien. Danach kehrten sie nach Jerusalem zurück. 40 Tage, so wird es in Apostelgeschichte in Kapitel 1, Vers 3 berichtet, blieb Jesus bei seinen Jüngern. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Der Auferstandene Jesus tröstete die traurigen Herzen seiner Jünger und Nachfolger. Vor allem stärkte er sie im Glauben und half ihnen zu verstehen, was das Ziel seiner Mission war. Jesus erschien Maria, um sie in ihrem Kummer zu trösten. Jesus erschien seinen Jüngern, um sie zu ermutigen. Er nahm sich Zeit für Thomas, um seinen schwachen Glauben zu stärken. Petrus wurde vom Auferstandenen in seinem Auftrag bestätigt, als Menschenfischer, als Evangelist zu dienen. Jesus würde sie sehr bald verlassen. Und seine Jünger und Nachfolger wurden berufen, das Evangelium von Gottes Gnadenreich und die Verheißung des zukünftigen Reiches der Herrlichkeit zu verkündigen. Die letzten Augenblicke seines Lebens verbrachte Jesus am Stadtrand von Jerusalem auf dem Weg nach Bethanien. In der Heiligen Schrift heißt es in Lukas Kapitel 24, Vers 50, er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Bethanien Bethanien, auf griechisch Bethania, wird traditionell als die moderne Stadt Al-Azaria, arabisch Ort des Lazarus, identifiziert, in der sich das Grab des Lazarus befinden soll. Bethanien liegt etwa 2,4 Kilometer östlich von Jerusalem am südöstlichen Hang des Ölbergs. Das älteste Gebäude im modernen Al-Azaria ist ein mehr als 2000 Jahre altes Haus, das als Heim der Geschwister Lazarus, Martha und Maria betrachtet wird, was jedoch archäologisch nicht nachgewiesen werden kann. Es dient heute als Gedenkstätte. Sowohl der Historiker Eusebius und Caesarea um 330 n. Chr. als auch die Burdi Galensis-Aufzeichnungen um 333 n. Chr. erwähnen das Grab des Lazarus in Al-Azaria. Bethanien war ein Ort der Ruhe für Jesus. Er hatte das Haus seines Freundes Lazarus mehrmals besucht, um das Evangelium Gottes zu verkünden und sich mit seinen Jüngern zu erholen. Jesus pflegte eine enge Freundschaft zu Lazarus. In Johannes Kapitel 11, Vers 11 nennt ihn Jesus Prophilos Chemon, unser Freund Lazarus. Der Überlieferung nach befindet sich der Berg der Himmelfahrt Jesu auf dem Gipfel des Ölbergs. Auf dem Ölberg gibt es vier verschiedene Kirchen, die an die Himmelfahrt Jesu erinnern. Wir wollen uns diese Orte ansehen. Eine von ihnen ist die russisch-orthodoxe Himmelfahrtskirche aus dem späten 19. Jahrhundert. Ihr 64 Meter hoher Turm, eines der berühmtesten Denkmäler Jerusalems, wurde errichtet, damit die Pilger den Jordan sehen konnten. Im Norden befindet sich die evangelische Himmelfahrtskirche aus dem frühen 20. Jahrhundert. Sie ist Teil des Auguste-Victoria-Hospitals in Erinnerung an die deutsche Ehefrau von Kaiser Wilhelm II. Das Krankenhaus verdankt seine Entstehung einem Versprechen des Kaisers auf seiner Palästinerreise an die deutschen Bewohner Palästinas. Die Anlage, die mit ihrem 65 Meter hohen Glockenturm wie eine Festung aussieht, beherbergt heute ein Krankenhaus für die palästinensische Bevölkerung von Jerusalem. Auf der Spitze des Öbergs befindet sich außerdem die griechisch-orthodoxe Kirche Viri Galilei. Ihr Name bedeutet Männer aus Galiläa. Eine Anlehnung an die Frage zweier weiß gekleideter Männer an die Aposteln nach der Himmelfahrt. Ihr Männer aus Galiläa, warum steht ihr da und schaut in den Himmel? Die älteste und meistbesuchte Kapelle ist jedoch die Himmelfahrtskapelle von 1152, die heute von den Muslimen verwaltet wird. Die Himmelfahrtskapelle steht auf dem höchsten Punkt des Ölbergs im Stadtteil Ad-Tur in Jerusalem. An diesem Ort gibt es eine islamische Moschee und eine christliche Kirche. Der Tradition nach wird geglaubt, dass dies der irdische Ort sei, an dem Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist. Im Fußboden der Kapelle kann der Besucher ein Stück ursprünglichen Felsen betrachten, auf dem der letzte Fußabdruck Jesu zu sehen sein soll. Helena, die Mutter Konstantin des großen Kaiser von Rom, reiste zwischen 326 und 328 ins Heilige Land. Der Legende nach soll sie während ihrer Pilgereise auf dem Ölberg zwei Orte ausfindig gemacht haben, die mit dem Leben Jesu in Verbindung stehen sollen. Die Städte seiner Himmelfahrt und eine Grotte, die mit seiner Lehre des Vaterunsers in Verbindung gebracht wird. Nach Rom zurückgekehrt, ordnete Helena den Bau zweier Kultstätten an diesen Plätzen an. Die erste Anlage, die an der Stelle der heutigen Himmelfahrtskapelle errichtet wurde, trug den Namen Imbomon, griechisch auf dem Hügel, und war ein zum Himmel hin offenes Rondell, umgeben von Vorbauten und Rundbögen. Im Jahr 390 unserer Zeitrechnung stiftete Poimenia, eine reiche und gottesfürchtige römische Aristokratin aus der kaiserlichen Familie, den ursprünglichen Bau der Kapelle. Bei der Ankunft der persischen Heere von Scharkos Rautzweiter wurde die Kapelle im Jahr 614 zerstört. Sie wurde im späten 7. Jahrhundert wieder aufgebaut, aber während der Kreuzzüge im 12. Jahrhundert erneut zerstört und zum zweiten Mal errichtet. Nach dem Niedergang Jerusalems im Jahr 1187 wurde die zerstörte Kapelle und das Kloster von den Christen verlassen. Seit dieser Zeit wird die Kapelle von den Muslimen verwaltet. Da viele Christen zu diesem Ort pilgerten, wurde später ein zweiter Ort für die christliche Anbetung errichtet. Im Lukas-Evangelium heißt es in Kapitel 24, Vers 50 bis 51, er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Nach dem Bericht im Lukas-Evangelium fand die Himmelfahrt Jesu ganz in der Nähe von Bethanien statt. Das bedeutet, dass der Ort der Himmelfahrt Jesu wahrscheinlich auf der anderen Seite des Ölbergs in der Nähe der Stadt Bethanien lag. Bethanien befindet sich südöstlich am Fuß des Ölbergs in einiger Entfernung zu den modernen Pilgerstätten. Diese wurden in Anlehnung an die biblische Überlieferung errichtet. Nehmen wir uns noch einige Minuten Zeit, um an die letzten Augenblicke Jesu vor seiner Himmelfahrt zu denken. Jesus ging durch eines der Tore des östlichen Jerusalems auf den Ölberg hinaus. Einige Leute beobachteten ihn schweigend. Sie hatten ihn vor einigen Wochen am Kreuz mit gesenktem Kopf hängen und sterben gesehen. Nun ging der Auferstandene in das Kidron-Tal hinab, um wieder auf den Ölberg hinauf zu gehen, wobei er an Gethsemane vorüberkam. Dort angelangt, hielt er inne und erinnerte sich, hier hatte er in seinem heftigsten Kampf gegen das Böse Schweiß wie Blutstropfen vergossen. Seine Jünger hatte er inmitten des heftigen Kampfes in Gethsemane in der Nacht vor seiner Kreuzigung dazu ermahnt, im Gebet zu wachen. Jesus setzte seinen Weg zum Gipfel des Ölbergs fort. Von dort aus ging er weiter, bis er in die Nähe von Bethanien kam. Hier hatten die Jünger ihrem Heiland eine Frage gestellt. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 1, Vers 6 bis 8, Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sachen, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus erinnerte sie erneut an ihren Auftrag, Zeugen der Wahrheit zu sein und die gute Nachricht des Evangeliums der ganzen Welt zu verkünden. Als Jesus auf seinem Weg stehen blieb, umringten ihn seine Jünger. Licht schien von seinem Antlitz auszustrahlen, während er sie liebevoll ansah. Gottes Sohn verurteilte sie nicht, sondern stärkte sie mit Freundlichkeit und einer Botschaft der Hoffnung. Jesus hob seine Hände, um sie zu segnen, als wolle er sie beschützen, und stieg langsam zum Himmel auf. Seine Jünger kniffen vor Staunen die Augen zusammen, um ihrem Meister nachzublicken, bis eine Wolke der Herrlichkeit ihn vor ihren Augen verbarg. Sie durften diese Worte im Gedächtnis behalten, die Jesus zu ihnen gesprochen hatte und die auch uns in Matthäus Kapitel 28, Vers 20 überliefert sind. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Während die Jünger immer noch nach oben starrten, wurden sie von einer Stimme angesprochen, die ihnen wie klangvolle Musik ans Ohr drang. Sie wandten sich um und sahen zwei Engel in menschlicher Gestalt, die zu ihnen sagten, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg, gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Jesus wird bald wiederkommen. Die gegenwärtigen Ereignisse in der Welt, die Kriege und Seuchen, soziale Ungerechtigkeit und Streitigkeiten, die Zunahme der Kriminalität, der Mangel an Liebe und Frömmigkeit zeigen uns, dass wir dem Ende der Weltgeschichte sehr nahe sind. Jesus lebt. Er ist in den Himmel aufgefahren, um einen Platz für uns vorzubereiten. Jesus Christus wird als König aller Könige und Herr aller Herren wiederkommen. Wir wünschen uns, dass diese Videoreihe Jerusalem in den Fußspuren Jesu, dir den geliebten Meister Gottes Sohn Jesus Christus, näher gebracht hat und geholfen hat, die Erfahrungen seines Lebens und die Botschaft seiner Liebe besser zu verstehen. Mach dich bereit, um deinem Gott zu begegnen. Lese jeden Tag im Wort Gottes der Bibel und bitte Gott, deine Schritte auf dem Weg seiner Wahrheit zu lenken. Jesus Christus hat Satan überwunden und er wird siegreich wiederkommen, um sein Volk, seine Kinder, die ihn lieben und seine Gebote halten, zu sich zu holen. Verpasse nicht die Chance eines Tages sehr bald. in der geliebten und verheißenen Stadt, dem himmlischen Jerusalem, zu sein. Gott segne dich! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!